Oh, klar, klar, klar. Natürlich. Die Dinger und Raketen. War ja auch langweilig sonst, ne? Aber ich kann einfach durchlaufen, oder wie? Oh mein Gott! Kommt auf einmal das Portal! Oh, gerade hatte ich so ein Timing erwischt, wo ich einfach durchlaufen konnte. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ich hasse es! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Wie? Aber da ist doch was drauf, das ist viel zu eng! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich verstehe das hier nicht! Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendeinen neuen Trick gelernt? So, mal gucken, wie weit geht's denn hier? Ja klar, ja klar, sowas hier, ne? Boah, ne, ähm... Die Plattformen sind zu klein, vor allem wenn man sich noch den Platz mit so einem Vieh teilen muss. Oh man, Nina. Ich verstehe. Ja. 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 Ja... 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 Ich hasse es. Ja... Ja... Okay, okay. Geschafft Ach, kurze Pause Oh nein, ich habe gar keine Kräfte mehr Keine Sorge, es trägt zur Charakterbildung bei, ich glaube an dich Schön, die Rakete glaubt auch an mich, glaube ich Ja natürlich, 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 natürlich Ja natürlich Also ihr merkt es, Wut, Frustration, Freude, Hass Alles Alle Gefühle Aber jetzt gehen die Dinger auch so kaputt Kaputter als das Spiel können sie aber nicht werden Ich frage mich ganz ehrlich, wie der Typ auf die Idee gekommen ist, das Spiel zu machen Ich habe mir ziemlich sicher, der hat Drogen genommen Und ich weiß nicht, ob der Typ auch, derselbe Typ auch die Musik gemacht hat Aber falls nicht, hat die Person wahrscheinlich auch einiges genommen Genau, das Spiel ist aber das Produkt von zwei Drogensüchtigen, die ihren Konsum bezahlen müssen Genau, macht Sinn Warum? Die Raketen sind auch sehr schnell übrigens Also die sind schneller als sonst Ich weiß, ob er es noch nicht gemerkt hat Ich habe es doch schon mal fast bis zum Portal geschafft Ich habe es noch nicht gemerkt, dass die Drogen Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Komm, 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 komm. Ja. Was? Bitte. Bitch. Fucking. Please. Ich hab immer noch keine besonderen Fähigkeiten, ne? Charakterbildung, was für ein Pisser, ey. Okay, wie weit kann ich... Alter! Guckt euch das an. Was? Ja, ich mach's auch falsch, ne? Nein! 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 Ah, stinkt doch. Okay, ich muss gleich erstmal die Muster von den Lasern einprägen, damit ich weiß, ob ich irgendwo sicher bin. Ich glaube, sicher bin ich da an keinem Ort. Falls doch, wäre es schlechtes Level-Design, glaube ich. Das war jetzt blöd. Oh yeah! Ähm, wozu war jetzt der Check... Warte, was? Ähm... Ach so! Blazer und... Man bleibt doch gar nicht lang genug in der Luft. Blazer und Frösche die Hakenkreuze schießen. Spaß! Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Wieso sieht das... Sehen die Dinge aus wie Hakenkreuze? Oh yeah! Da drüben ist das Portal und da drüben... Oh nein! Nein! Guckt euch das doch einfach mal an! Überall Farben! Überall laute Musik und überall Laser! Wieso konnte ich da jetzt nicht... Wieso war das jetzt tödlich? Stand ich nicht tief genug drin? Ach das... Naja, ich verstehe, was ich machen muss. Oh yeah! Oh yeah! Yes! Hahaha! das dürfte ganz interessant werden Es ist möglich, es gibt genug Zeitpunkte, wo kein Laser da ist Das könnte noch eine ganze Weile dauern Hatte ich doch schon fast Oh Gott, das war jetzt auch nur Glück Ja, wir können wieder klatschen Okay, das waren gar keine Typen, das war ein Gegner Das heißt, mein Charakter ist jetzt gebildet Ich glaube, die Raketen sind schneller geworden Die Raketen sind viel schneller Die Raketen sind so viel schneller Yes Ich denke mal, ich kann nicht auf die Hakenkreuze stampfen, ne? Ne, kann ich nicht Oh yeah Oh yeah Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht